Bist du wund? fragt er heise und bringt mich damit tatsächlich zum Lachen. Nicht so sehr, dass ich dich nicht in mir haben will. Baby, du bringst mich um. Und wenn du es nicht tust, wird Robin es definitiv tun, weil wir dieses Bett heute nicht verlassen. Ich will gerade protestieren und ihm sagen, dass ich jetzt nicht über Robin reden will, da prallen seine Lippen schon auf meine. Er raubt mir den Atem, mit dem ich die Worte formen wollte, während sich seine Hände mit festem Griff an meine Hüften legen, um mich auf seinen Schoß zu heben. Kapitel 19 Am Mittag beschließt Dante, dass Amanda nach meinen Schnitten sehen soll, weil sie die ganze Nacht unter den nassen Verbänden lagen. An seinem Blick erkenne ich jedoch, dass es nicht diese Wunden sind, die ihm Sorgen machen, als er das Zimmer verlässt. Es sind die Male, die er auf meiner Haut hinterlassen hat. Mit müden und schmerzenden Muskeln stehe ich auf und gehe ins Bad, um zum gefühlt ersten Mal seit Tagen in den Spiegel zu sehen. Beinahe wäre ich vor Schreck zurückgewichen, nicht wegen den Bisswunden an meinen Schultern oder den dunklen Flecken, die deutlich erkennen lassen, wo sich Dantes Finger um meine Kehle geschlungen haben. Sie trage ich mit Freude, dass sich alles daran unbeschreiblich gut angefühlt hat. Niemals würde ich wollen, dass Dante damit aufhört. Aber das ist es nicht, was mich schockiert. Es ist der Ausdruck in meinen Augen. Meine ganze Erscheinung lässt mich nach Luft schnappen, weil ich mich selbst nicht wiedererkenne. Da ist ein Glanz in meinen Augen, den ich dort nie gesehen habe. Sie wirken kontrastreicher, leuchtender, lebendig. Ich bilde mir ein, sogar die Blitze darin zu sehen, von denen Dante gesprochen hat. Und meine Haut, sie ist leicht gerötet, prall und nicht mehr so… tot. Ich erblicke zum ersten Mal keine leere Hülle, und das reißt mir fast den Boden unter den Füßen weg.